Und da. Ja, ich flieg mit der Drohne, Mann. Wir bringen uns auch nicht weiter, glaub ich. Wir frecken so oder so. Drohne, stirb. Komm, schieß doch einmal, bitte schieß noch einmal die Granate ab. Oh, Mist. Mann. Ey, wo sind die denn alle? Ich hab's gesehen. Ich habe dein Ende gesehen. Die sind alle in dem Wichshaus. Also in den Wichshäusern. Keine Ahnung von wo. Das ist so nice. Ich versteck mich sogar schon und bin trotzdem tot. Wir sind gleich sowieso tot. Komm, überlebt noch eine Sekunde. Komm, komm, komm. Ja. Zähl bloß nur nicht. Das bringt kein Glück. Boah, hast du gesehen? Wie dumm. Das war so dumm. Ich seh den. Schieß einfach mal rein. Flieg durch den durch. Level 50er rennt herum, Mann. Ja, was wollen wir dagegen auch machen, ne? Ja, bei dieser Berufserfahrung, die die haben, ne? Ja. Besonders die, die ganzen Items. Ja, der hat ja alles. Der kann aus dem vollen Pool schöpfen. Und das ist unfair. Ey, hä? Ich bin hier noch in der freundschaftlichen Zone und werd schon angeballert. In der freundschaftlichen Zone, wo sich alle lieb haben. Genau. Klar, und der hat noch 100%. Ah, jetzt ist er tot. Super. So, ich komme jetzt von links. Leb. 2, 1, 0, danke. Aber wir sind jetzt nicht tot. Ja, glaube ich auch. Noch drei Kills. 2. Was ist das denn, bitteschön? Scheiße, wir haben verloren. Ich hätte es gern gesehen, wie viel Energie der hatte. Oh. Da hat er noch was zerstört. Weil ich den voll getötet habe. 5.770. 450. Gut, aber ich hab... Wie kannst du denn... Ähm, ich hab 770 normal im Kampf bekommen und 5000 nochmal wegen Urteilungen. Boah. Ich glaube, ich wechsle jetzt auch mal die Klasse. Das hat so keinen Sinn. So, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich mach mal den Sturmsoldaten. Da wird als nächstes was freigeschaltet. Sturm. Sturm. Äh, Stürme. Sturm. Ins Gefecht. Oh, warte, was hab ich denn da? Doppelt so viel 40mm Munition. Nämlich. Wo sind wir denn? Gekauft. Wir sind Verteidiger. Oh. Oh, da kommen ein paar Panzer an, glaube ich. Hätte ich mal... Scheiß, hätte ich mal Pionier genommen. Aber die Zeit wird gleich noch sein für Pionier. Meinst du? Ja, ich lebe nicht so lange. Doch, ich kann dich immer wieder... ...wiederholen. Genau, machst du jetzt extra. Genau. Aber ich sag dir nicht, wenn ich sterbe. Ey. Ich bin dann einfach tot. So wie jetzt. Na super. Ins Gefecht. In den Staub. Jetzt werde ich über den Minen hin. Ey, da rennt einer ganz offen rum. Ich bin geduckt. Wen tötet er? Der, der geduckt ist. Ja. Okay, eigentlich schlau, aber trotzdem. Mich darf man doch eigentlich gar nicht sehen. Das war eine Herausforderung für den. So geil, der ist geduckt. Den töt ich. Total. Ey, die killen jetzt erstmal den Scheiß hier. Damit die... ...voll den Oberblick hier haben. Guck mal, der hier steht hier nur, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich stelle mich immer irgendwo hin und bin direkt tot. Der ist das von mir umgekippt. Ähm, auch Klara und Rasa. Die Panzer bewegen sich so gut wie kaum und ballern alles klein. Ich komme mal zu dich, Mann. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ey, ich schieße doch sofort. Warum? Warum? Das sind Cheater, Mann. Ja, glaube ich auch langsam. Weißt du, ich sehe die, bevor die mich sehen. Ich schieße drauf, dann sehen die mich, dann schießen die auf mich und ich bin direkt tot. Oh. Und ich wollte den töten und es ging nicht. Oh, das war ein Level-2er. Habe ich auch keine Chance wegen. Weißt du, ich kann mal den Panzer markieren mit einem Mörser. Jetzt steht er da nicht mehr. Oder es stand da nicht mehr. Das ist der Realismus. Sag mal, wie soll ich den hier... Wo ist denn hier mal Action? Mist, der ist schon umgekippt. Ja, wo sind die denn? Nein. Wird der erst mal weggeballert. Wie geil. Oh, ich sehe einen Bewegungsmelder. Heilige Scheiße. Nein. Hilfe bei Kills. Ich muss ihn retten. Ich muss... Oh, jetzt ist er weg. Bewegungsmelder. Ich nehme Mörser, Mist. Da ist gar keine Wand mehr drin. Scheiße. Du willst den Mörser benutzen? Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Nein, nicht eingeloggt. Wo sind sie? Ich werde sie alle töten. Ja, eingeloggt noch, hoffe ich. Das müsste eigentlich so ein Donnerwetter über den Panzer kommen. Boah, der wurde zerfetzt. Wovon? Von uns. Bist du auch ein Sanitöter? Boah, wie viel hat der denn ausgehalten? Ja. Ja, manche ist halt unnormal, oder? Das ist tierisch unnormal. Oh, dahinten ist einer. Ein halbtoter Panzer. Dreck mal reinballern, ne? Boah, wie viele Pakete hier jetzt rumliegen. Was macht denn unser Panzer da oben? Der hängt da auf dem Berg fest. Ein Berg fest. Fünf Euro in die Wortspielkasse. Ring-Ding-Ding-Ding-Ding. Genau. Oh, Panzer. Böser Panzer. Ma. Wer hat denn jetzt belebt? Ich nicht. Ich muss ihn da hinten retten. Nein. Könnte noch ein bisschen länger dauern. Ey, weh, der ist jetzt gar nicht weg. Dann kriege ich aber einen Anfall. Nein. Bleib da. Ja. Gerade noch geschafft. Ja, war ganz knapp. Seid ihr gleich beide tot? Ach, ich doch nicht. Ich sterbe nie. Boah, was? Ich treffe hier gar keinem. Da hat er mir die ganze Wand hier weggefickt. Ich fick die Wand weg, Alter. Oh. Oben ist noch eine schwule... Drohne. Oh, die brauchen alle... Die brauchen alle hier. Geil. Ich werde jetzt sterben. Heil mich, heil mich, heil mich. Ich sehe dich nicht. Nein, ich leb ja noch und hab auch gar keinen Schaden bekommen. Ich sehe dich. Ich hatte dich gesehen. Der da hinten verregt auch bald. Ich muss zu ihm. Stimmt. Kutjes, meinst du? Was? Kutjes. Kutjes? Yes, yes, yes. Kutjes, yes, yes, yes. Der war richtig geil. Doppelter Kill. Der eine ist so aus dem Wagen geflogen, ne? Der war bestimmt 10 Meter in der Luft. Nein. Boah, sauber. Irgendeiner hat den getötet, bevor er mich getötet hat. Lacka. Und jetzt haben wir uns gleichzeitig getötet. Sollen wir einfach trinken? Wo sind die denn alle? Ich höre hier nur Schüsse, aber ich sehe niemanden. Oh nein. Jetzt aber. Tididiii. Steh nicht. Komm, ich mach mal. Ich fick die mal vom Turm aus. Ich bin bestimmt sofort tot. So, jetzt geht er los. Zack. Bin ich verreckt. Toll, weiß nicht. Ich rette die ganze Zeit hier Leben und dann bin ich einmal tot und werde überhaupt nicht belebt. Ja, du opferst dich halt auf. Super. Und niemand dankt es mir. Ne. Die sind alle so fies zu dir. Warte, ich komm mal zu dir. Geh da lieber nicht hoch. Da wartet einer. Ist mir egal. Was denn? Aber ich beobachte dich, wie du jetzt stirbst. Warte. Irgendeine falsche Richtung. Da ist noch ein M-Gender. Ja, genau. Fein. Jetzt baller mal ein bisschen. Warum schiebst du nicht? Das Einzige, die ich bekommen habe, war ein cooler Kill, aber gut. Ja, toll. Ich war da oben direkt tot. Also, war das direkt. Ich konnte auch dreimal schießen. Trotzdem sehe ich jetzt hier niemanden mehr. Die Panzer sollen weggehen. Bist du immer noch in dem Turm? Ja. Bla 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 bla. Scheiß, überhitzt. Mist, wo waren? Da waren noch zwei Leute gerade. Ma. Schon wieder überhitzt. Ja, wo sind denn die Leute, Mann? Ja, du ballerst so viel. Ach, Peter. Wo sind die denn? Aua. Tu mir nicht weh. Hä? Von dir aus kann ich das kriegen? Ne. Wo ist der denn, Mann? Ich sollte vielleicht mal rausgehen, hier bekomme ich nichts. Bist du da oben drin, oder was? Ja, immer noch. Hast du gesagt? Ja. 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 Vielen Dank.